Und nun möchte ich Ihnen zwei Kollegen ansagen, zwei Künstler aus Ekaterinburg. Sie haben den nächsten Titel, das Phonogramm gemacht. Sie singen auch den Chord dazu. Okay, und wir versuchen es einfach mal. Und wir versuchen es Ihnen zu zeigen. Das ist eine alte Phonogramm, die früher Dschülle gemacht hat. Wir haben neue Varianten, und jetzt können Sie Ihnen leichter tanzen. Ich bin herzlich willkommen zu Ihnen tanzen. Okay, alle, kommen wir zusammen! Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.